Da sind wir wieder, Raum 2! Ich würde nicht springen. Ähm, da? Und da? Und ich springe für dich! Ich glaube, das klappt nicht! Nicht wirklich. Das war jetzt nicht ganz so der Zweck der Aufgabe. Äh, was? Wo bist du denn gesprungen? Warte mal. Warum hast du jetzt meine Portal eigentlich nochmal neu gesetzt? Da rum? Ah, warte. Hä? Moment. Irgendwas. Lass einfach mal jetzt. Nein, das klappt nicht. Du musstest mittendrin nochmal neu setzen. Hä, wie? Warte mal. Achso, du fällst da rein. Achso. Ja, mach. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts! Braine! Könntest du es dann diesmal die... Einfach... Du kannst doch einfach links durch dieses Ding durch! Mann! Wo? Ja genau da, wo es durchgeht! Lass es jetzt einfach! Einfach sein lassen! Nichts machen! Ähm... 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 Wo muss ich denn hin? Ey... Na, wo muss ich hin? Setz einfach da mal ein Portal dann über das... Ja, dann? Dann bist du wieder da, aber da ist ein Knopf ungefähr... Da! Ah! Knopf! Lass mich jetzt hier raus! Hallo? Geht doch! Knopf! Kugel! Und wo? Ah! Hallo Kugel! Wie geht's dir? Warte! Warte! Warum kann ich die Kugel nicht loslassen? Ah, warte, warte, warte! Nein, warte! Ich hab doch schon! Nein, ich hab nicht! Du musst es aber da hinbringen! Ja! Dafür muss da... Und... Da ein Portal! Also da, wo du jetzt hast! Und da dahinter! Und dafür müsstest du nochmal hier runter und dann nochmal neu springen! Aber lass die Kugel da liegen! Aha! Leg die Kugel weiter vorne hin! Irgendwo da vorne! Hä? Sonst, äh, wird die gleich mitgezogen! Ey, was bringt die Kugel jetzt hier? Lass einfach kommen runter! Die rollt doch nicht die Gegend! Ja, du kannst die aber gleich wieder mitnehmen! Du gehst gleich nochmal da hoch! Ah ne, das geht hier gar nicht! Lol! Stop! Hä? Ah, ne! Pff! Ah, ne! Da! Setz da mal ein Portal! Was? Wo ist da? Ah! Ja, da kann ich von hier aus nicht! Ja, du kannst doch da hin! Hä? Kann mir da nicht lang laufen! Warte mal, guck nochmal nach, äh, hinter dich! Nach hinter dich, ja! Nach hinter dich! Geh doch da lang! So! Stop! Guck mal nach... Oh! So! Guck mal! Wenn du jetzt springst, müsstest du doch eigentlich ein Portal dahinten setzen können! Siehste! Ja! Und jetzt? Ah ne, du kannst ja nicht... Ah, Mann! Brain Lag! Setz mal deinen Strahl tiefer! Ah ne, das geht auch nicht! Okay, also das... Portal ohne Brain Lag... Ach, ey, das ist das, äh... Ja, genau! Ihr wisst schon! War dann wohl doch nicht so ganz möglich! Hm... Also ich glaub... Ich komm da nicht rein! Kann ich hier runter sprengen? Ja, ne? Stopp! Warte mal! Warte, 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 warte! Ah, stopp! Ich hab ne Idee! Nein! Nicht drunter! Das war scheiße! Egal, warte mal! Bleib nochmal rum! Du kriegst ein neues Ü-Ei! So! Hol' den neues Ei! Ei, 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 ei! Kugel! Oder... Ja, stopp! Komm runter! Stopp! Nein, nein, nein! Komm runter! Das ist weg! Geh durch! Ich will mein Ü-Ei! Jetzt setzt da ein Portal und auf der anderen Seite und dann fliegt's durch! Wie und auf der anderen Seite? Was für ne andere Seite? Daaa... Auf der anderen Seite... Daaa... Daaa... Haben wir dran nicht gedacht? Nein! Mr. Brain... Nein! Hi! Und... Hey! Wir haben es! Juhu! Der Brain lag hat ein Ende! Ja, da haben wir das doch schon! Genau! Bis zur nächsten Kammer! Baut rein! Baut rein! Baut rein! Baut rein! Platz damit ist gar nicht mit! Dann ist der Regie mal... Nein! Stell dir Countdown! Und dann gebe ich ihn raus! Schindern... Schlager in die密 Ast bunny! survives! Schindern! Preferieren sie mit нужно! Nichtс Olha! Die willalte! Die oder andere können an ... Die blitze! Keine glittspins הבordo! Eigenério! Alles klar! Vielen Dank.